Herzlich Willkommen auf dem Kanal. Heute will ich eine neue Reihe mit Kurzvideos beginnen, wo es um Erklärungen von Fachbegriffen geht. Den Älteren und Erfahrenen unter euch wird das meiste bekannt vorkommen, aber der Kanal wendet sich ja nicht an Profis, sondern eher an Anfänger und interessierte Laien. Die Jüngeren werden mit einigen Begriffen vielleicht nichts anfangen können, weil die dazugehörige Technik etwas aus der Mode ist. Die Erklärungen sollen jetzt nicht bis in die Tiefe gehen, sondern eher der Allgemeinbildung dienen. Man hat schon mal was davon gehört, weiß das etwa einzuordnen und erinnert sich dann dran, wenn man damit zu tun bekommt. Wenn euch noch andere Begriffe einfallen, die ihr gerne mal erklärt haben wollt, schreibt das in die Kommentare. Ich werde mich nicht unbedingt nach dem Alphabet richten, aber beginnen wir heute mal mit dem Buchstaben A. Der Begriff akustischer Kurzschluss stammt aus der Schalllehre. Ein Lautsprecher wandelt elektrische Schwingungen um in Luftdruckschwankungen, also Schallwellen. Schwingt die Membran des Lautsprechers nach vorn, wird die Luft vor dem Lautsprecher komprimiert und der Luftdruck steigt. Gleichzeitig sinkt der Druck an der Rückseite des Lautsprechers, weil ein Sog entsteht. Die Schallwellen vor und hinter dem Lautsprecher sind also um 180 Grad phasenverschoben. Bei so einem losen Lautsprecher können sich die Luftdruckunterschiede auf kurzem Weg ausgleichen, weshalb sich die Schallwellen wegen der Phasenverschiebung teilweise auslöschen können. Sie werden praktisch kurzgeschlossen. Das betrifft vor allem die Tiefenfrequenzen. Ich denke, die meisten wissen, dass so ein einfacher Lautsprecher keine besonders gute Basswiedergabe hat. Verhindern kann man das, indem man für die Luft eine möglichst große Umleitung baut. Dazu kann man den Lautsprecher in eine möglichst große Schallwand einsetzen. Die Abmessung der Wand muss in der Größenordnung liegen, wie die Wellenlänge der niedrigsten zu übertragenen Frequenz. Das wären beispielsweise für 30 Hertz bei einer Schallgeschwindigkeit von rund 340 m pro Sekunde über 11 Meter. Das kann man vielleicht in einem Stadion machen, ist aber nichts für das Wohnzimmer. Hier baut man den Lautsprecher in ein geschlossenes Gehäuse ein. Man schließt praktisch die Schallwand nach hinten. Wenn das Gehäuse druckdicht ist, kann kein Ausgleich von vorne nach hinten auftreten und der Kurzschluss ist beseitigt. Ganz ohne Auswirkungen auf die Wiedergabe bleibt das allerdings auch nicht. Die Lautsprechermembran muss jetzt gegen ein abgeschlossenes Luftvolumen arbeiten und wird deshalb stark gedämpft, wodurch der Wirkungsgrad zu einer Box kleiner ist als der einer Schallwand. Man braucht also eine höhere Verstärkerleistung, um den gleichen Schalldruck zu erzeugen. Aber auch auf der anderen Seite der Signalkette gibt es einen ähnlichen Effekt, auch wenn es hier nicht um phasenverschobene Schallwellen geht. In einem Mikrofon wird eine Membran durch die Schallwellen zum Schwingen gebracht, welche dann diese in elektrische Schwingungen umwandelt. Bei einer offenen Membran können die Schallwellen gleichzeitig auf die Vorder- und Rückseite auftreffen. Dadurch wird jetzt ein Druck gleichzeitig auf beide Seiten der Membran ausgeübt, wodurch sie sich nicht vom Fleck bewegt und in der Mittelstellung bleibt. Die Schwingung wird von dem Mikrofon nicht übertragen. Auch hier muss man durch entsprechende Konstruktionen dafür sorgen, dass der Effekt möglichst vermieden wird. Ich hoffe, dass ihr jetzt etwas sensibilisiert seid für das Problem. Real ist das Thema noch wesentlich komplexer und es ist Aufgabe der Ingenieure, durch geeignete Konstruktionen die Tonübertragung zu optimieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017